Musik So, man hat mir vergewissert, dass ich dieses Vieh schleunigst töten muss, wenn ich da reingehe. Heißt, es wird spaßig. Heißt, ungefähr, geh schnell down, geh schnell down, geh schnell down, geh schnell down. Er trifft mich nicht. Das muss ich zu meinem Glück nutzen. So, oder auch nicht. Er hat mich mindestens einmal getroffen. Das ist Käse gewesen. Konstitution ist auch... Oh, Mann. Also nochmal laden. Äh, F8. Ah, F8. Schon wieder vergessen. Ähm. Echt mal, ich darf von diesem Vieh am besten nicht getroffen werden. Weil, bis ich meine Stärke wiederherstellen kann, das kann ein bisschen dauern, weil ich muss mir erst einen Zauber dafür kaufen und dann einen neuen Zauber erstellen und... Ähm. Ich gehe da rein und speichere jetzt mal, dann muss ich nicht jetzt mal in das Ladebereich-Dingsfeld gehen. Ähm. Ähm. Ja. Also, es ist spaßig. Äh. Wenn das Ding direkt vor der Tür steht. Ich stöbe einfach. Ja, da kannst du ruhig festbangen. Das stört mich nicht. Das finde ich sogar... ...wirklich gut. Oh, fuck. Geh weg. Geh weg. Ey, er hat mich einmal gehittet. Er hat mich einmal gehittet. Ohne Witz. Ohne Witz. So ein Dreckspisser. Ohne Witz. Nein. Jetzt hab ich gelitten. Jetzt hab ich gelitten. Jetzt hab ich arg gelitten. Außer erbacken sich schön fest. Ähm. Nein, ich hab gelitten. Ja. Wie ich bereits sagte, ich hab gelitten. Ach man, dieses Vieh ist... ...schön. Po. Ohne Witz. Vor allen Dingen, was ich alles danach mache, ...um mir das Leben leichter zu machen. Welchen sehr Triff-Mora war. Ja, komm. Bäh. So war es nicht gemeint. Geh weg. So war es mit dem Kommen nicht gemeint. Ja? Oh, Mann. Ich mag den Typen nicht. Ohne Spaß. Ob es mir was bringt, einen Armleiß zu beschwören? Ach, ich riskier's einfach gar nicht. Ja, pack dich fest. Hm, hm, hm... Na... Nuh, nee. Geh weg, geh weg. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Ich geh sterben. No, es... Keiner mag dich. Ja? Da unten kannst du ruhig bleiben. Nein, nicht nach hier... Oh. Ohne Spaß. Das macht schon keinen Spaß mehr. Kann ich denn bloß Schaden machen? Jetzt, tue zu Interessant Der wird sich da wieder rausbacken, ich sehe das schon Und dann habe ich den da, den Salat Und? In your face! Boah, yes! Ja, verdammt! So, jetzt muss ich aber diesen doofen Arngeist beschwören Hä, wo ist er denn? Ach da! Weil sonst wird das nichts So Eins, zwei, drei, vier Und? Füll mir meine Taschen Füll mir meine Magie-Punkte So, jetzt nehmen wir die Feuer-Dings da Und lass sie sich ausbrennen Los! Da bist du auch schon tot Ja, so schnell geht das Mein Freund und Kupferstecher Aber ich muss sagen, ich habe relativ viel Glück mit diesen komischen Knochenläufern Mit dem Gegnern allgemein Außer mit den Heiligen aber Allgemeinsicht gesehen habe ich wirklich relativ Glück Was denn da? Ein Quamerei? Ne, Knochenmäher Ne, Quamerei in der Ohrne Ja Ach komm! Ohne Weg! Was? Zum Geier geht hier eigentlich vor sich gerade Ähm Waaah! Ist klar Hm Seh ich genau so Und nicht anders Seh ich ganz genau so Ganz genau so sehe ich das auch Das Spiel treu mich Ähm So Speichern Und Und Mann Habe ich keine Konstitution oder sowas mehr? Nein Ach ich habe Ahnen geist mich schon Ohne Witz, ey Ich bin so unfähig Oh Oh Die Pisser gehen mir so auf die Nerven Bringt Eis eigentlich mehr gegen die? Das werde ich jetzt wohl in dem Durchgang nicht erfahren Oh Ohne Witz Ohne Witz Ohne Witz Die Pisser regen mich auf Die so schlimm als der große Typ da, ja? Ohne Witz Ne Ich sag ganz oft Ohne Witz Ich weiß Dass ich einfach oft ohne Witz sag Achso Habe ich es nicht rausgeworfen? Ne, zum Glück nicht So Und Kriege ich dir dadurch viel Schaden? Bitte Äh, Ziel hat Magie Widerstand Das kann es nicht sein Ohne Spaß Ah, da spielt Holt mich Da spielt Holt mich Da spielt Holt mich So, ähm Bringt Blitze viel Oh, Mann. Immer diese... Fragen über Fragen. Oh, das hab ich wenigstens nur eins durchgelassen. Alter! So. Feuerball. Ähm... Extrem viel Schaden macht das jetzt aber auch nicht. So. Ähm... Ja. Äh... Wo? Das wird ziemlich knapp. So. Ich sag ja, das wird ziemlich knapp. Wie viel, Mann, habe ich jetzt noch? Ähm... Ähm... Hä? So. Ah! Okay. Das wollte ich einfach nur mal testen. Ähm... So, Magie. Naja... Einmal Voltat. Auf jeden Fall. So. Speichern. Und... Bäm. Ähm... Ähm... Nehmen wir mal das jetzt. Stirb. Und... Stirb einfach. Ah... So. Stufe. Oh, schon wieder die Hälfte. Bam! I'm just that good. Die haben... Oh, da liegen ein Draken. Die nehmen wir doch mit. Ne, das lohnt sich nicht. Das Lösegeld für Zarek. Oh, ja. Ähm... Jep. Das ist schön, wenn man durch Lesen etwas dazu bekommt. Also, Leute. Wie ihr seht. Lesen bildet's. Wirklich. Und dahinter ist ein Vieh. Und da ist eine Falle. Und ich hab... Gift abbekommen. Waaah. Was bist du denn für einer? Bist du dieser Vampir? Arngeist? Da war der Arngeist? What the... Pissding. Ohne Witz. Gut. Arngeist beschwören. Fehlgeschlagen. So. Jetzt wieder Magiepunkte herstellen. Und... Bäm, 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 bäm. Dann nehmen wir uns ein Schwert. Nicht das, sondern das. Für mir meine Magiepunkte... Ach so, ja. Oder... Ich muss schon eine Waffe nehmen, die irgendwie... Elementar-Schaden macht. Sonst bringt das nicht viel. So. Wolltat. Hätten wir das schon mal voll. Arngeist gleich wieder beschwören. Um noch ein bisschen mehr Magiepunkte zu bekommen. War so klar. Und... Außer weg. Und... Eins, zwei, drei, vier. Und dann wieder das da. Na los. Ey, du sollst... Sollst du mir meine Magiepunkte füllen? Ähm, ja. Los, hopp. Ja, dann nicht. Dann laden wir eben. Dann eben nicht. Ohne Witz. Ach, Arngeist beschwören. Ach, Arngeist beschwören. Ja, Fehlgeschlang, Fehlgeschlang. Oh, komm. So oft brauche ich den jetzt nicht beschwören. Das wäre Verschwendung. Boah, ich hätte keinen Nutzen davon, weil es sich ungefähr ausgleicht. Perfekt auf Anhieb beschworen und jetzt hoffen, dass ich Magiepunkte dazu bekomme. Eins, zwei, drei, vier. Dann wieder das da nehmen. Und... Oh, jetzt noch einmal. Ey, nochmal. Komm, du kannst das doch. Dann eben nicht. Dann... hoffe ich einfach mal, dass ich den in dem nächsten Part besiegen kann. Und bis dahin, ich meine Ken, Diana Jones.